Auch die edelsten und schönsten müssen ab und an ein Facelift über sich ergehen lassen. Wie zum Beispiel der famose Rolls Royce Phantom. Die zweite Serie hat ab sofort einen neu gestalteten Vorderwagen, LED-Scheinwerfer und jede Menge neuer elektronischer Extras. Bei dem edlen Briten spricht man natürlich nicht von einem banalen Facelift. Hier nennt sich die Überarbeitung Midlife Update. Die äußerlichen Änderungen fallen nur echten Rolls Royce Cannon ins Auge. Fürs gemeine Fußvolk ist er nach wie vor der Alte. Die meisten Änderungen betreffen den Innenraum und ein neu entwickeltes Multimedia Interface. Auf Wunsch dient der Phantom mit seiner 20 GB Festplatte auch als rollender Server. Die technischen Eckdaten bleiben nahezu unverändert. 570 PS aus 6,6 Litern Hubraum verteilt auf 12 Zylinder. Ein dezenter Zuwachs von bloß 10 PS. Bestellbar ist der neue Rolls Royce Phantom ab sofort. Bestellbar ist der neue Rolls Royce.... Bestellbar ist der neuen Rolls Royce Champion ab sofort, mit dem